Handbuch für Lehrer. Begriffsbestimmung Nummer 1. Geist, reiner Geist. Seite 76 bis 77. Der Begriff Geist, Mind, wird benutzt, um die aktivierende Kraft des reinen Geistes, Spirit, darzustellen, die dessen schöpferische Energie liefert. Wenn der Begriff in Kapitelchenschrift verwendet wird, bezieht er sich auf Gott oder Christus, zum Beispiel der Geist Gottes oder der Geist Christi. Der reine Geist ist der Gedanke Gottes, den er wie sich selbst schuf. Der geeinte Geist ist der eine Sohn Gottes oder Christus. In dieser Welt scheinen die Söhne Gottes getrennt zu sein, weil der Geist, Mind, gespalten ist. Auch scheint es so, als wären ihre Geister nicht verbunden. In diesem illusionären Zustand scheint das Konzept eines individuellen Geistes bedeutungsvoll zu sein. Er wird deshalb im Kurs so beschrieben, als ob er zwei Teile hätte. Den reinen Geist und das Ego. Der reine Geist ist der Teil, der noch immer in Kontakt mit Gott ist, durch den Heiligen Geist, der in diesem Teil weilt, aber den anderen Teil ebenfalls sieht. Der Begriff Seele wird, weil er überaus kontrovers ist, außer in wörtlichen biblischen Zitaten, nicht verwendet. Er wäre jedoch gleichbedeutend mit dem reinen Geist, in dem Verständnis, dass sie, da sie von Gott ist, ewig ist und nie geboren wurde. Der andere Teil des Geistes ist gänzlich illusorisch und macht nur Illusionen. Der reine Geist behält das Potenzial für das Erschaffen bei. Aber sein Wille, der Gottes ist, scheint gefangen zu sein, solange der Geist nicht geeint ist. Die Schöpfung dauert unablässig an, weil dies der Wille Gottes ist. Dieser Wille ist immer geeint und hat deswegen keine Bedeutung in dieser Welt. Er hat kein Gegenteil und keine Gerade. Der Geist kann recht- oder falschgesinnt sein, je nachdem, auf welche Stimme er hört. Die Rechtgesinntheit hört auf den Heiligen Geist, vergibt der Welt und sieht an ihrer Stelle die wirkliche Welt durch Christischau. Das ist die letzte Schau, die letzte Wahrnehmung, der Zustand, in dem Gott den letzten Schritt selbst tut. Hier enden Zeit und Illusionen gemeinsam. Die Falschgesinntheit hört auf das Ego und macht Illusionen, indem sie Sünde wahrnimmt, Ärger rechtfertigt und Schuld, Krankheit und Tod als wirklich sieht. Sowohl diese Welt als auch die wirkliche Welt sind Illusionen, weil die Rechtgesinntheit lediglich das übersieht oder vergibt, was nie geschah. Deswegen ist sie nicht die Einsgesinntheit des Christusgeistes, dessen Wille eins mit Gottes Willen ist. In dieser Welt ist die einzig verbleibende Freiheit, die Freiheit der Wahl, immer zwischen zwei Wahlmöglichkeiten oder zwei Stimmen. Der Wille ist auf keiner Ebene an der Wahrnehmung beteiligt und hat mit der Wahl nichts zu tun. Das Bewusstsein ist der Empfangsmechanismus, der Botschaften von oben oder unten empfängt, vom Heiligen Geist oder vom Ego. Das Bewusstsein hat Ebenen und das Gewahrsein kann ziemlich drastisch wechseln, aber es kann den Wahrnehmungsbereich nicht transzendieren. Höchstenfalls wird es der wirklichen Welt gewahr und es kann darin geschult werden, dies immer mehr zu tun. Doch schon die Tatsache, dass es Ebenen hat und geschult werden kann, zeigt auf, dass es nicht die Erkenntnis erreichen kann. Höchsteschön. Vielen Dank. Vielen Dank.